Grüß Gott, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu unserem Literaturforum. Es steht wie immer einmal unter dem Motto, schreiben kann ein jeder, verreißen jedoch nur wenige. Gestatten Sie mir, dass ich zunächst unseren jungen Nachwuchsschriftsteller vorstelle. Es ist Siegfried Schwäbli. Hallo, grüß Gott, danke schön, sehr, sehr nett. Unser junger Freund hat gerade sein Erstlingswerk veröffentlicht. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch. Ist es überhaupt ein Buch? Ich glaube, nein. Es beginnt in der Tat etwas ungewöhnlich, und zwar mit Kapitel 4. Wo die ersten drei geblieben sind, erfährt der Leser nicht. Ja, Gott, ich hab meinen Schwager verbummelt, gell, weil der hat das Autor. Ist der Autor überhaupt in der Lage, seine eigenen Sechse auch nur ansatzweise zu begreifen? Ich glaube, nein. Selber! Der Hauptdarsteller des Buches mit dem geheimnisvollen Kürzel Siegfried F. Trägt eine dicke Hornbrille, ist patriotischer Schwabe und darüber hinaus der letzte noch lebende Fan von Modern Talking. » Das war's für heute.